Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euer vergessenes Roblox Passwort zurücksetzen könnt. Dafür geht ihr erstmal in den Browser und gibt nun ein Roblox Passwort vergessen. Nun drückt ihr auf den ersten Link und gebt nun eure Handynummer ein und werdet dann nun einen Code bekommen, in dem ihr euer Passwort zurücksetzen könnt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.